happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiel heute wieder mich arena ich hab da eine quest so ne die die muss ich nur noch viel spiel im fall gewinnen oder 500.000 schaden machen ich weiß nicht ich probiere die 500.000 schaden zu machen wirst du einmal probieren wir das ich hoffe ich schaffe das okay die erste runde geht los scheint dass ich nur bots habe ich muss den nehmen weil das ist der der meisten schaden macht also es ist wettbewerb auf den klopf gekommen weit weg ich muss schaden machen ich renne doch nicht von meiner linse sonst kann ich nicht schießen stehe weg hier so wird das nix mit den 500.000 schaden also wer ist mein mecht der die stärkste waffe hat also ist klar dass wir mit denen am meisten schaden machen werde ich müsste jetzt eigentlich eine runde verlieren damit ich danach noch mal in einer runde reinkommen stell mich mal nach hier unten hin ich muss doch schaden mit dem machen das kann ich schon vergessen dann nehme ich jetzt den hier dran ich muss sagen also ist das der bleibt meisten schaden macht bei mir das ist der mit dem long armen allerdings dazu lange nicht nachladezeit das schon nicht mehr schön ist und wenn die leute bei mir feuerlinsel auf sie so nichts machen ach mist ich muss verfahren sei drüber hat mir ein einstorch das kann doch nicht wahr sein aus die maus der war gut gewesen amfang wäre gut danach jetzt gerade hätte ich verlieren müssen haben wir ja auch nicht ich schaue mal wie viel schade ich gemacht habe also steht ja gar nicht hier persönlich keine ahnung na egal gut dann sagen wir mal bis gleich ok die zweite runde und ich probiere das gleich wie gerade 5000 scheine in einer runde zu machen ich denke mal für die leute die gegen die anderen spielen die mehr leben haben und und die wohl waffen der schar machen da ist wahrscheinlich schneller aber bei mir in der quest nein nein gibt es doch nicht die so ist abgehauen ich muss schreiben machen und der haut einfach oh Okay, das war knapp, aber gut. Nein, 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 okay, egal, meine letzten Sekunden, wäre doch ein bisschen schadbar drin gewesen, aber alles gut. Ja, okay, Eike noch gehabt, schön, so warte jetzt, die Runde müsste ich verlieren, viel Charme machen, aber trotzdem verlieren. Ah. 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 Ah, das werden wir nicht verlieren, denke ich. Schaut auch wieder gut aus. Schreib mir Nachrichten um diese Zeit. Meine Frau. Gute Morgen. Hallo. Hallo. Warte mal kurz, ich bin gerade mal auf Name. Wie bitte? Ja, in ein paar Sekunden bin ich soweit. Mach ich. Bis gleich. Tschüss. Okay. So, Reisepass. Soll ich meine Frau Erde um von außerdem das Foto machen? Ich weiß, wofür sie es braucht, sie möchte Dinge ins Buchen, ein Flug wahrscheinlich. Und da brauchst du die die ID-Daten und so, ne? Aber, nein, zu wenig Charme gewesen. Ja, gut, okay. Bis gleich. Okay, ich habe die 500.000 Schaden gerade fertig gemacht. Super. Dann ist es jetzt egal, wie wir spielen. Also, dann werde ich jetzt einmal den hier nehmen. Da, 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 da. Wenn wir den hier durch juckeln. Warum rennt sie da gegen der roten Wand? Was gibt es da nicht an dem Geschossen? Nein. Ich hätte die noch beider gehabt. Socks. Ich springe beider runter. Okay. Wir liegen am verlieren. Das war gemein. Jetzt kommt meine Heiler dran. Die Waffe ist wirklich übel. Oh, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Okay, der Gegner hat gewonnen. Okay. 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 Ja, klar. Guck mal, ein Schuss, nicht getroffen, ich ziehe mir trotzdem ein Leben ab. Ok, den einen hier brauche ich ja nicht nehmen, den hier, der bringt nichts. Ok, das ist gut. Noob. okay verloren ja jetzt habe ich bis zu lange gespielt am anfang dadurch haben wir die erste runde verloren das zweite kann ich auch nicht richtig zur geltung kein problem drei tötungen einmal rache was soll's gut ich bin auf dem dritten platz bei mal war ich immer ganz umgewesen mit 200 noch was plus punkte jetzt 34 plus punkte aber immerhin plus punkte gut dann würde ich dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ich zu mir sein bis zum nächsten mal viel spaß und auf wiedersehen tschüss und 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 und